Während hier bei uns in der Kirche sprichwörtlich zur Zeit die Bagger rollen, wird es hier auf unserem YouTube-Kanal in der Zeit eine Art kleine Sondersendung geben. Ein Teil davon ist diese neue Playlist Kirchen und Orgeln der Umgebung, die, wie der Name schon sagt, verschiedene Kirchen und Orgeln aus der näheren und vielleicht auch weiteren Umgebung einmal genauer vorstellen soll. Wie weit der Begriff Umgebung nachher letzten Endes gefasst ist, das wird die Zukunft zeigen. Morgen wird bereits das erste Video in dieser Playlist online gehen, dann geht es nach Seida in die Nähe von Jessen, denn dort gibt es für unsere Ohren ganz vertraute Klänge zu hören.